In diesem Thema ist natürlich eines wichtig zu wissen, es gibt hier Risiken im Handel mit Devisen und CFDs aufmarschen. Das Ganze kann zu Verlusten führen, sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das mal entsprechend mit vorab. Über welche Themen sprechen wir jetzt? Wir schauen im Währungshandel jetzt einfach einmal darauf, dass wir Stärke oder Schwäche einer Währung beurteilen. Wir schauen auf den US-Dollar-Währungskorb, wir schauen auf den Euro-Währungskorb und wir machen auch einmal einen Chart-Check, wie das Ganze in Interaktion miteinander funktioniert. Warum macht man sowas? Warum schaut man hin, ob eine Währung stark oder schwach ist? Wir haben ja heutzutage hier Märkte, wo wir unheimlich viele Währungen miteinander entsprechend auch traden können. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier auf der Seite von Tickmill, ich hole sie mal ganz kurz rein. Wir haben ja hier in die 80 Währungspaare, glaube ich, oder in die 80 Instrumente zu handeln. Wenn Sie sich mal die Instrumente der Devisen anschauen, Sie haben halt auf der Seite der Devisen hier unheimlich viele unterschiedliche Währungspaare. Das sehen Sie, wie das scrollen hier. Das sind schon sehr, sehr viele verschiedene Märkte, die Sie traden können. Und da gibt es halt immer wieder die unterschiedlichen Korrelationen, also diese Zusammenarbeiten dieser Währung, diese Cross-Currencies sozusagen, die miteinander auch arbeiten. Und manchmal bewegen sie sich gleich, manchmal bewegen sie sich unterschiedlich. Es gibt immer Hauptwährungspaare, die das Ganze anführen. Und da kommt es ja darauf an, wenn dieses Hauptwährungspaar, beispielsweise der US-Dollar, schwächer wird und bei dem anderen Währungspaar sich nichts verändert, dann fallen die Kurse beziehungsweise umgekehrt. Und um das Ganze etwas besser zu streuen, um zu sehen, hat man jetzt hier eine Währungsschwäche oder eine Währungsstärke, die dann für gewisse Bewegungen verantwortlich ist. Aus diesem Grund macht das Ganze einfach Sinn, mal sich mit diesen großen Indizes beziehungsweise Währungskürben zu beschäftigen. Und das besprechen wir jetzt hier auch mal. Also im Blick zum Währungsmarkt schauen wir jetzt einfach mal, was bedeutet denn Stärke oder Schwäche? Wie wird das Ganze hier beurteilt? Das heißt, bei der Stärke oder Schwäche einer Währung hat das halt immer Impact auf die entsprechende Entwicklung hier im Markt dieser entsprechenden Währung. Das heißt, Währungen werden ja beeinflusst durch externe Einflüsse. Das heißt, der Wert einer Währung kann quasi steigen oder sinken durch Wirtschaftsnachrichten, durch Arbeitsmarktzahlen oder durch die Zinsentwicklung. Es gibt hier bei den Währungsmärkten auch immer Interaktionen mit Aktien, mit Rohstoffen, mit Zinsen. Sie haben das sicherlich auch immer mal festgestellt, ein niedriger Euro ist in der Regel gut für die deutsche Wirtschaft, weil die Produkte im Ausland dadurch besser verkaufbar sind. Es hat Einfluss auf die Rohstoffe. Eine starke oder schwache Währung macht einen Rohstoff entsprechend billiger oder teurer, einfach weil man die Menge an Rohstoff, die ist ja gleich, also ein Fass Öl ist ein Fass Öl, aber die Menge an Geld, die der Verkäufer dafür haben möchte, die ist ja entsprechend gewichtet. Und wenn jetzt eine Währung schwächer wird, dann muss man halt entsprechend mehr für das Öl bezahlen, damit der Verkäufer den gleichen Wert wieder bekommt und auch umgekehrt, wenn eine Währung stärker wird, dann bekommt derjenige halt weniger an Menge an Geld dafür, aber der Wert ist entsprechend auch der gleiche. Das heißt, es gibt hier immer Interaktionen, die man zusammen sehen kann, die dann entsprechend auch Einflüsse auf andere Währungen haben kann oder auf andere Märkte haben kann, beziehungsweise andere Märkte können unsere Währung auch beeinflussen. Und mit diesem Wissen um das Ganze sind wir dazu in der Lage, wenn wir das Ganze fundamental richtig einordnen, planbare Geldströme zu erkennen. Das heißt beispielsweise, die Erhöhung oder der Rückgang bei der Nachfrage nach einer Währung ist gut und gerne planbar. Das sehen wir auch, wenn sich zum Beispiel die Zinsen in einer Währung erhöhen. Nehmen wir mal an, machen wir mal ein Beispiel. Die Zinsen in den USA sind ja hier entsprechend deutlich höher als in Europa. Das heißt, da geht ja eine Art Zinsschere auf. Und wenn diese Zinsschere groß genug ist, dann beginnen halt die Investoren irgendwann zu sagen, Moment mal, wir bekommen ja in den USA risikolos oder mit deutlich weniger Risiko, deutlich mehr Rendite im Zinsbereich, als man das beispielsweise im Aktienbereich in Europa bekommen kann. Was passiert dann? Dann fangen diese Investoren entsprechend an, beispielsweise Zinspapiere in den USA zu kaufen. Bevor ich ein Zinspapier in den USA kaufen kann, muss ich aber die Währung entsprechend erst einmal umtauschen. Das heißt, was passiert hier? Im Euroraum wird die Währung verkauft, im Dollarraum gekauft. Das heißt, die Nachfrage nach dem US-Dollar steigt. Das heißt, die Preise für den US-Dollar gehen nach oben, damit die entsprechenden Anleihen auch gekauft werden sollen. Im Gegenzug natürlich haben wir Verkaufsdruck im Euro, der Euro entsprechend sinkt. So ist mal grob erklärt, kann so eine Zusammenarbeit dieser entsprechenden Faktoren miteinander funktionieren. Und damit wird natürlich Bewegung in diesen ganzen Währungsmarkt gebracht, alleine beispielsweise durch das Thema Zinsänderung. Das Ganze kann man auch noch etwas weiter stricken. Wenn man beispielsweise hier mal auf die Aktienmärkte schaut, also in die Indizes. Wenn wir Volkswirtschaften haben, wo die Aktienmärkte ganz schlecht laufen und andere Volkswirtschaften, wo die Aktienmärkte richtig gut laufen, dann gehen natürlich die großen Investoren dorthin, wo sie Geld verdienen können. Und wenn wir beispielsweise, ich gehe jetzt mal wieder auf den Euro-US-Dollar ein, wenn wir in dem Euro-Raum eine deutlich schlechtere Wirtschaftsentwicklung haben als in den USA, dann fließt halt das Geld von Europa in die USA, was dann wiederum die Nachwirkung hat, dass die Nachfrage nach dem US-Dollar wieder steigt. Und dadurch der Euro sinkt und der US-Dollar nach oben geht und dort das Geld investiert wird. Und umgekehrt natürlich auch, wenn die USA mal anfängt, deutlicher zu schwächeln und Europa deutlich aufholt, das heißt beispielsweise der DAX deutlich steigt und die Unternehmen hier deutlich interessanter sind, dann kann das halt genauso passieren, dass Geld aus den USA in die Euro-Zone fließt, also in Euro umgetauscht wird. Das hat dann zur Situation, dass die Nachfrage im Euro steigt und dadurch natürlich die Kurse steigen. Der Dollar fällt dann entsprechend. Das hat dann entsprechend diese Auswirkungen. Und damit können Sie entsprechend auch planen, fundamental, wie sich Geldströme entwickeln können. Und wenn Sie dann in die Charts schauen, dann können Sie halt sehen, was spielt der Markt denn jetzt. Spielt ja dieses fundamentale Spiel, also das heißt, wird die Währung tatsächlich stärker, sehen wir das an steigenden Kursen, oder wird die Währung tatsächlich schwächer, dann sehen wir das an den fallenden Kursen. Also das sind die Dinge, die Sie hier entsprechend aus diesem Ganzen rausziehen können und dann entsprechend für Ihr Trading sozusagen nutzen können für die Planung Ihrer Trades, die Sie machen möchten. Also hier schauen wir wirklich auf den Währungskorb. Und bei dem Währungskorb ist es halt so, dieser Korb richtet sich an der Leitwährung aus. Das heißt, wenn wir den Dollarindex schauen, richten sich alle Währungen am US-Dollar aus. Wenn wir auf dem Euro-Index schauen, dann richten sich die Währungen entsprechend an dem Euro aus. Das heißt, hier ist es so, ohne eine weitere Veränderung der Nebenwährung, also das heißt, wenn die Leitwährung stärker oder schwächer wird, wenn sich die anderen Währungen nicht verändern, dann ist es halt so, dass entsprechend hier Kurse sinken, beziehungsweise Kurse steigen, je nachdem, ob wir jetzt die Hauptwährung schwächer oder entsprechend stärker haben. Also wenn die Leitwährung schwächelt, dann steigen die anderen Währungen und natürlich hier auch umgekehrt. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie diese einzelnen Währungskörbe ausschauen. Das heißt, wir beginnen mal hier mit dem Korb der USA. Das heißt hier nicht den Korb der USA, sondern mit dem US-Dollar-Währungskorb. Das heißt hier, der US-Dollar-Index ist sozusagen die Benchmark für den internationalen Wert des US-Dollars. Und wir haben einen Korb, der entsprechend aus sechs verschiedenen Währungen besteht. Die sind auch unterschiedlich gewichtet. Das heißt, dieser Korb besteht aus dem Euro, dem japanischen Yen, dem britischen Fund, dem Kann-Dollar, der schwedischen Krone und dem Schweizer Franken. Diese Währungen sind in diesem Korb hier entsprechend drinnen und können dann hier auch für den Handel mitgenutzt werden, beziehungsweise auch für die, sag ich mal, Positionierung innerhalb dieses Währungskorbes, wie sie sich ausrichten möchten. Also, wenn sie mal die Crossrates traden und der Dollar stärker wird oder schwächer wird, dass sie dann die entsprechende Währung auch prüfen. Und wenn die das Ganze spielt, dann können wir hier natürlich die Trades entsprechend auch machen. Wer sich das Ganze mal im Chart auch anschauen möchte, ich habe das für Sie auch mal vorbereitet. Sie können beispielsweise auf der Seite von investing.com, da gibt es auch andere Seiten, aber ich habe jetzt einfach mal diese Seite hier genommen. Da haben Sie die Möglichkeit, entsprechend den Index auch zu sehen. Wen das Ganze interessiert, ich schneide diesen Link mal ganz kurz auszuziehen und stelle den mal hier auf Facebook mit hinein. Warten Sie mal kurz, Steuerung kopieren, zack. So, hier ist mal der US-Dollar-Index. Warten Sie mal, US-Dollar-Index. So, zack, so, da ist er. Hier ist mal entsprechend das Bild vom oder der Link zum US-Dollar-Index auf investing.com. Und da sehen Sie, wie sich so ein Markt entsprechend verhält. Das heißt, wir können hier so ein bisschen Chart-Analyse machen. Warten Sie mal, ich hoffe, wir kriegen es jetzt direkt auch rein. Genau, heißt halt, wenn wir uns diesen Markt, diesen Chart einmal entsprechend auch anstellen und wir zum Beispiel hier auf Tagesbasis uns diesen Markt anschauen, dann können wir halt gut sehen, da haben wir jetzt einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend, einen seitwärts laufenden Markt, wenn wir uns das hier mal einschwingen und wir sehen halt hier beispielsweise im US-Dollar-Index, dass der Markt halt ziemlich stark nach oben läuft, hier Schwankungsbreiten hat, nach oben nicht doll weiter rauskommt und nach unten immerhin ordentlich korrigiert. Und das sind die Dinge, die wir hier absehen können. Und das ist das Spiel, was zum Beispiel der Euro entsprechend auch immer wieder macht. Das heißt, wenn der US-Dollar jetzt stark ansteigt, dieser Dollar-Index, dann sinkt der Euro auch ziemlich doll nach unten. Wir gucken uns das Ganze mal praktisch an. Wir nehmen mal hier eben den Chart von Euro, US-Dollar und da sehen Sie, was hier passiert ist. Wenn Sie sich diese beiden Chart-Bilder mal anschauen, kleinen Augenblick, ich versuche das mal ganz kurz hier nebeneinander zu stellen. Ich hoffe, man kann das dann entsprechend auch mit sehen. So, jetzt nehmen wir hier den mal noch mit rüber, den Markt hier so oben ran, dass wir das Ganze auch noch mit erkennen können. Und wenn Sie das mal sehen, schauen Sie sich dieses Bild mal an. Das ist wirklich, können Sie sagen, fast seitenverkehrt, wie das Ganze läuft. Und wir hatten halt hier beispielsweise gestern im US-Dollar-Index einen Wahnsinnsschub nach oben. Und gucken Sie sich hier im Trüben im Chart mal im Metatrader an, was hier im Euro-US-Dollar passiert ist. Der hat halt nach unten gedrückt. Und das ist hier wirklich dieser schöne, schöne Gleichlauf. Der Dollar ist stärker geworden, der Euro ist direkt gesunken. Das hat hier direkt auch den Schub entsprechend nach unten bewirkt. Und genau so funktioniert das entsprechend auch bei den anderen Sachverhalten. Das heißt, wenn wir uns hier das Ganze mal beispielsweise im japanischen Yen mit anschauen, also Dollar-Yen beispielsweise, da sehen wir das ebenfalls. Kleinen Augenblick, hier haben wir das. Wir sehen es hier, jetzt steht der US-Dollar vorne dran. Das heißt, hier haben wir den Gleichlauf. Wenn der US-Dollar halt wirklich entsprechend stärker wird, dann gibt es halt für den US-Dollar mehr an Jens im Währungskorb. Und das sehen wir dann hier an steigenden Preisen. Also Sie sehen, diese Korrelation des Ganzen ist halt da. Und das können wir sehr, sehr gut für die Trades auch mit benutzen, um hier die entsprechende Planung auch zu machen. Also das sind alles schöne Dinge. Und Sie sehen halt hier schön auch diesen trendigen Markt nach oben. Hier unten kommen dann immer mal so die ersten Umkehrbewegungen. Wenn wir uns diesen Bereich hier mal anschauen, wir haben jetzt hier entsprechend die Korrektur gehabt. Und diese Korrektur ist hier unten rumgedreht. Und wer sich das Ganze anschaut im Stundenchart, der sieht das Ganze halt hier auch. Wir haben, kleinen Augenblick, das muss ich mal etwas kleiner skalieren. Wir haben entsprechend hier unten diese Abwärtsbewegung gehabt. Und dann kam, was hier gekommen musste, wir haben einen untergeordneten Aufwärtstrend bekommen. Dieser untergeordnete Aufwärtstrend war sozusagen das erste Signal, dass es hier nach oben gehen kann. Das heißt, hier ist dieser Trend entstanden mit Überschreiten dieser Marke. Der hat auch dann direkt diesen Abwärtstrend im Vorfeld hier rausgenommen, den wir hier vorne gehabt haben. Und jetzt haben wir halt hier die schöne Situation, dass wir wieder korrigieren. Und schauen Sie mal, was hier in der Korrektur momentan entsprechend auch passiert. Also Sie sehen, wie gut das planbar ist. Das ist mal die Korrektur. Die Korrektur haben wir auch in einem Abwärtstrend. Und jetzt sehen wir hier schon, wir sind hier im Hoch dieses Abwärtstrends. Das Ganze wurde schon mal angelupft. Und der Markt macht jetzt hier trendig nach oben. Und wenn dieser Trend nach oben sich fortsetzt, wird dieser Korrekturabwärtstrend, der kleine, rausgenommen. Und wir laufen wieder in die Oberrichtung. Und das kann dann dazu führen, dass wir hier sozusagen, wo jetzt sehen wir nichts mehr. Ich muss mal ganz kurz hier wieder etwas aufräumen. Dass wir hier dann sozusagen, das was wir nach unten sehen, ist die Korrektur. Und wenn sich das Ganze nach oben fortsetzen sollte, dann läuft es hier nach oben. Und wir können das Ganze schön nach oben planen. Also so sieht man das Ganze sozusagen mal in der Zusammensetzung, in der Zusammenführung dieser entsprechenden Charts. Und wenn wir uns das Ganze mal noch etwas weiter mit anschauen. Wir haben jetzt ja den Euro-US-Dollar gehabt. Wir hatten den japanischen Yen. Schauen wir mal auf das britische Fund, also das Cable, britisches Fund, US-Dollar. Da sehen wir hier das gleiche Bild. Sie müssen halt nur immer schauen, wo steht die Währung. Steht der Dollar vorne weg, dann schiebt es den Markt nach oben. Wenn der Dollar hinten ran steht, dann schiebt es den Markt nach unten. Wenn der Dollar stärker wird. So heißt also hier vom Prinzip, wir haben jetzt hier gestern diesen starken Schub im US-Dollar-Index nach oben gesehen. Pam, ging es im britischen Fund entsprechend nach unten. Der US-Dollar-Index ist im Aufwärtstrend. Hier diese Währung entsprechend in einem Abwärtstrend, weil natürlich der Dollar stärker wird und der Fund hier an Kraft verliert. Und wir natürlich weniger Dollar pro Fund bekommen. Und deswegen sehen wir diesen Schub nach unten. Und wir sehen auch sehr, sehr schön hier diesen Trend nach unten laufen. Wir sehen hier oben immer die Situation, wo der Markt wieder rumdreht. Was wir dann nach unten zum Traden benutzen können. Also das auch hier, Stärke, Schwäche, hervorragend umgesetzt. Dann schauen wir mal noch in den US-Dollar, Can-Dollar mit hinein. US-Dollar, Can-Dollar haben wir hier unten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ne, der steht auch mit oben. Hier ist er. Zack, da drüben rein. Da sehen wir das Bild. Hier steht der US-Dollar wieder vorne. Das heißt, wenn der US-Dollar stärker wird, dann gibt es natürlich hier mehr Währung dafür. Und das ist jetzt mal ein Paarung, das sehen Sie auch entsprechend hier an der Gewichtung. Der Can-Dollar ist nicht mehr ganz so stark gewichtet, wie beispielsweise der Euro oder der japanische Yen. Das heißt, diese Bewegung werden dann häufig nicht mehr eins zu eins nachgezogen. Das heißt, hier sehen wir beispielsweise im US-Dollar Can-Dollar einen Markt, der entsprechend diese Aufwärtsdynamik vom Vortag vom US-Dollar-Index nicht so mitgemacht hat. Er ist auch ein bisschen angestiegen, aber bei Weitem nicht ganz so stark. Und das ist mal ein Bild, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, woran wir sehen können, wenn wir uns diesen Währungskorb anschauen. Wir können hier wirklich schauen, welche dieser Währungen entsprechend gut mitlaufen. Dann können wir sehr schön darin treten und welche dieser Währungen das Ganze nicht so mitmachen. Weil wenn es in der anderen Währung, also jetzt beispielsweise im Can-Dollar, doch Nachrichten gibt, die eine Stärkung oder eine Schwächung des Can-Dollars mit bewirken können, dann hat das natürlich auch Einfluss auf die entsprechenden Bewegungen in diesen Charts, weil dann gibt es zwei Währungspaare, deren Wert plötzlich bewegt werden kann. Und da, wenn der Can-Dollar beispielsweise jetzt entsprechend auch stärker wird, dann fällt natürlich die Bewegung zu dem stärker wägenden US-Dollar deutlich geringer aus. Und das sind Zusammenspiele, wo ich sage, schauen Sie sich auch immer die anderen Währungen an. Und dann schauen wir jetzt hier nochmal in den Schweizer Franken hinein, das heißt US-Dollar, Schweizer Franken und hier sehen Sie auch wirklich sehr, sehr, sehr schön diesen Gleichlauf, den wir hier haben, mache ich auch gleich für Sie nochmal etwas größer. Also Dollar stärker geworden hier, sehr, sehr schöner Schub nach oben. Also auch Dinge, die wir entsprechend in der Währung hier mit sehen könnten. Sie sehen an den Zeichnungen, die ich hier habe, auch mal was wir hier auf der Uhr mit hatten, was der Markt hier entsprechend auch machen kann. Also Sie sehen, das sind schon Dinge von Interesse, wo wir anhand dieser Korrelationen mit der Leitwährung gute, sage ich mal, Möglichkeiten haben, die vielen Währungen, die wir uns anschauen, einzuschränken. So ein bisschen auf die, die gerade auch wirklich hochinteressant sind. Und damit würde ich ganz gerne nochmal das Pendant dazu anschauen. Das heißt, wir schauen mal hier auf unsere Heimatwährung. Wir schauen mal auf den Währungskorb im Euro. Das ist sozusagen der Euro-Index. Das ist hier die Benchmark für den internationalen Wert im Euro. Hier gibt es einen Korb, der aus vier verschiedenen Währungen besteht. Die sind alle Gleichgewichte. Das heißt, wir haben hier den US-Dollar, den britischen Pfund, den japanischen Yen und den Schweizer Franken entsprechend mit drinnen. Und diesen schauen wir uns auch mal an, auch auf der Seite von investing.com. Warten Sie mal, ich stelle Ihnen dann auch gleich nochmal den Link hier in den Chat hinein. Ich kopiere Ihnen den mal ganz kurz. Kleiner Augenblick. Das dauert einen kurzen Moment. Kopieren. So. Und dann haben wir hier entsprechend den Euro-Index. Den Euro-Index. So, zack. Da haben Sie mal den Euro-Index. Wenn Sie sich das Ganze hier auf investing.com auch anschauen möchten. Und hier ist es so, schauen Sie sich diesen Index mal an. Hier ist der natürlich abwärts gerichtet innerhalb dieses Marktes. Und das ist natürlich hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ein Wert, der hier ja immer mal nach oben läuft. Jetzt läuft er wieder nach unten. Wenn wir uns das große Bild mal anschauen, ist er halt abwärts gerichtet. Das heißt, der schwächelt immer noch der Euro. Wird sich zeigen, wie lange das so weitergeht. Wenn die Zinsen in Europa wieder steigen, kann sich das auch sehr, sehr schnell mit umändern. Aber hier können Sie mal sehr, sehr schön erst einmal eine Analyse dieses Warenkorbes entsprechend auch machen. Und was wir jetzt hier machen ist, wir schauen uns das Ganze mal im Markt sozusagen an. Das heißt, wir schauen mal die wichtigsten Punkte hier an, die wir im Bereich des Euros haben. Wir schauen mal erst einmal natürlich auf den Euro-US-Dollar. Weil das ist das, was wir hier auf der Uhr hatten. Da hatten wir ja gerade schon mal reingeschaut. Da haben wir natürlich hier diesen schwächelnden Euro. Und weil der Euro hier vorne weg ist, heißt das halt, wenn der Euro schwächer wird, wir bekommen hier entsprechend weniger für unser Geld. Deswegen sinkt dieser Markt hier. Und hier sehen wir halt die Schwäche des Euros. Klar, da brauche ich jetzt nichts zu reden. Geht hier definitiv nach unten. Und das ist natürlich die Situation, die wir hier aus dem fallenden Index auch sehen. Schauen wir mal in die zweite Währung rein. Und zwar den Euro in Zusammenarbeit mit dem britischen Fund im Tagesschart. Und da sehen wir halt hier, dass wenn der Euro entsprechend schwächer wird, müssen wir halt für das britische Fund mehr bezahlen. Und das ist das, was wir sehen. Der Euro ist ja die letzten Tage hier etwas wieder nach unten gekommen. Und hier sehen wir das Ganze auch, wo der Euro nach unten gegangen ist, ist der britische Fund entsprechend hat einen Wertzuwachs erfahren. Das heißt, wir haben jetzt hier einen aufwärts tendierenden Markt. Während der Euro-Basket etwas schwächer geworden ist. Und das ist hier, was gespielt wird. Klar, die Volatilität ist hier sehr, sehr hoch. Wenn wir uns diese Kerzen auch immer mit anschauen. Das muss dann als Händler auch immer an den einzelnen Handelsstil abgepasst sein. Aber die Richtung passt hier natürlich auch. Schauen wir mal uns das Ganze noch im Euro-japanischen Yen an. Hier auf dieser Seite. Und hier sehen wir entsprechend, dass wir den Schub nach unten haben. Das heißt, hier haben wir immer dann, wir schauen uns das Ganze mal drüber an. Also dann, wenn der Euro hier entsprechend stärker wird, sinkt natürlich dieser Wert. Und bei Schwäche steigt das Ganze an. Und hier sehen Sie jetzt entsprechend diesen Lauf. Also immer dann, wenn hier drüben entsprechend der Markt, dieser Chart nach unten abfällt, gibt es hier im Euro-japanischen Yen diesen Schub nach unten. Das heißt, hier gibt es diesen Lauf entsprechend auch mit, den wir hier haben. Und das ist auch eine Korrelation, die wir sehr, sehr schön mit beurteilen können. Na klar, diese Trends an sich, die stimmen nicht hundertprozentig überein, weil das immer noch andere Währungspaare sind. Aber die, sage ich mal, die Richtung, in die es hier an dieser Stelle geht, die ist immer auch schon da. Und da sehen wir auch sehr, sehr schöne Bestätigung des Ganzen. Dann schauen wir uns nochmal den Euro-Schweizer Franken an. Und dann haben wir hier diesen Währungskorb auch mit komplett durch miteinander besprochen. Und hier sehen wir das Ganze natürlich auch hier in diesem Ablauf nach unten mitgehend. Also hier schön der Wert nach unten. Wenn der Euro hier entsprechend schwächer wird, haben wir hier auch einen nach unten laufenden Markt. Also hier sehen wir auch wieder sehr schön dieses Zusammenspiel. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein klein wenig in der Auswahl der Kriterien, die Sie für die Märkte auch treffen können, wo Sie sagen können, wo stellen Sie denn Auswahlpunkte her, wie entscheiden Sie, welche Märkte Sie sich auch anschauen, wenn Sie sich beispielsweise auf die großen Währungsmärkte konzentrieren, also auf die Majors, um mal zu sehen, wie funktioniert hier was und welche Aktien oder welche Währungen sind schlecht, das heißt schwach, wo sind die Aktionen eher auf fallende Kurse zu sehen und welche Währungen sind stark, wo sind die Aktionen eher auf steigende Preise hinzusehen. Und wenn die Charts der Währungen, die hier in Zusammenarbeit sind, miteinander dieses Spiel auch spielen, sind das immer Situationen, wo Sie natürlich schön Ihre Trades durch die Trends auch mitfinden können. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit hier bedanken, für das Webinar, wünsche Ihnen da auch gute Trades und natürlich wird dieses Webinar für Ihnen oder für Ihre Nachschau später auch direkt noch ins Archiv für Sie hochgeladen.